ohr im Juli und Menschen der Trau- und Lärzegang zu Lärzegang ich weiß nicht ob er aufgenommen hat oder eine Begrüßung hier im Kiel egal aber auch nicht wirklich noch dabei Joachim der Leer der Aux-Fahrer und er hat das ist jetzt ich glaube eine vierte Aufnahme heute aufnehmen Mälte genau eine eine davon hat mit aber das habe ich ja schon erwähnt was ich auch gemacht habe warum der Thomas jetzt dabei ist vielleicht häufiger, schreibt es in die Kommentare Boah, man kann eben dieser Sichel auch voll geil das Feld abbauen, das wissen ich gar nicht Kurz an meine Leute Ne, geht es nicht Ich habe kurz auf Screen ein bisschen was von Tin immer nachgelegt, damit es auch durchgeht und irgendwie will ich damit nicht befolgen, Vollspam oder wie auch immer Auf jeden Fall, wie ihr es vielleicht schon mal gemerkt habt, ich spiele wieder ohne Shader Ich finde es auch kacke, das sieht hässlich aus, hieslig Hieslig Aber einfach... Boah, 40 Triple Meta werden wir ausführen werden Ich kann mir bald eine Quantenmose machen, aber ich tue es noch nicht Ähm... Ähm... Boah, wie schnell das einfach geht, ne? So ist es auch ein krank Und das 41. kommt jetzt Geilo Mein Gott Ähm, auf jeden Fall, ja, ich nehme wieder ohne Shader auf einfachsten Grund Es leckt nicht Ich habe nämlich jetzt konstant 40, so in dem Bereich, zwischen 14 und 50 Und ja, damit bin ich recht zufrieden Okay, und wir wollen heute Thomas und die, ich schnell wollen heute eine Quarry bauen Und da fang ich einfach mit an, würde ich sagen, ne? So, fahre Ja, ist gut, äh... Ich wohne also... Manchmal mach ich wieder den Kack zu in der Scheiße von, wir haben wir... Wir haben einfach mal überhaupt gar keinen Halt los Ja, ich will immer vorne zum Portal laufen, nur um halt in die Stadtmitte führen und zum Portal aber da steht es bei mir unten und ich bin schon vorbeigelaufen, so... ähm... Ich bin schon anzutreiben Es lässt sich, dass ein Quarry geht es natürlich viel schneller, weil du da alles hast und dann mache ich es hier und denke mir so, es zieht sich Folge für Folge für Folge weiter Du kommst kaum vorwärts Vier Stein mal... Vier mal... Äh, leck... Boah Zwölf... Zwölfsteine hab ich hier drin So, kurz 28 Lavasolz mitnehmen Ne, die will ich nicht 1,2,5,5,6,7,8 So, jetzt nochmal 28, was ausfällt, das wird nervig, aber... ja, ja Ich mach Kabel Yeah Okay, uuh... Kabel, 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 Kabel und Rohr, bitte, ja Ihr, die sehr, die sehr... Ich will die sehr, die sehr... Kabel, 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 Kabel... Ja, ok, das kann auch so... Ja, okay, das kann auch so... Ja, 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 aber das macht das erstmal als besser Ich schlafkabel fast ein, weil das somit einer absoluten Hammergeschwindigkeit geht Ich bin gerade dabei hier unten, wo ich die, äh, Stones produziere die normalen Möglichkeit bei Wasser abzustöpfen für mich für die Sails und es geht einfach nur langsam und langsam und langsam ich bin mitleid dich nicht danke Prozent ich brauche sieben und ich habe gerade schon fünf an den um links gefunden ihr wisst ja was du meine an den Zirkel für solche von zwei fehlen noch hier genau durchgetroffen Lille, hoch da zack, 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 ah hier, Weltklasse, produktives Arbeiten hier Weltklasse, das geht hier, oh Gott, noch mehr von dieser Kusske es geht hier, oh Gott, ach ich habe hier noch 47, also tin werden wir genug haben Leute ähm ich würde Redstone mir holen Rotstein, wo bist du? Rotstein ja ich hab hier genug aber ich will ich habe hier eh noch welches von da, wo sie verschwenden also ich brauche nämlich noch ganz kurz zwei von diesen Cirkits von diesen dumm Viechern können wir zack machen oder ich gehe pennen äh, ne Ilya ist das auch nicht, warte mal, von da können wir nicht pennen gehen, also wenn wir auch nicht pennen gehen, dann müsste es automatisch doch werden Jonas, los das was geht hier ab? das ist doch doch und wir haben eine Crary, nicht nicht wo ist meine Diamantische Sack, und wir haben eine, äh gleich Crary jetzt eine gleich Crary oh, es fehlt mir noch ein Redstone und ich kann mal wieder kennen es zu uns ach, danke Daniel, endlich mal was Nützliches gemacht, er hat nämlich die ähm Stone-Produktion, die normalen Stones angeschmissen, aber hat die dann nicht rausgenommen, für die wir haben ja leider noch, okay, das ist wichtig, das ist wichtig ich weiß, hier, ich packe jemanden, du brauchst den Steinbrücken auf, ja? ja, du machst das, du bist ehre weil ich hab irgendwie keine weil du zu dämlich bist für die Scheiße nein das ist richtig 7 mal 6 oh, wir haben, haben wir Sand nur ein Messerator erscheinenden Induction-Furnace oh, ja unter des Zwengis war's in den Kaidernhöfen also, das geht gut 40 läuft denn gerade unten mein Atomkraftwerk? nein ich hab's abgeschaltet 24 ja vielleicht hab ich die irgendwo noch oben, irgendwo noch liegen ich geh mal schauen weil wenn ich die Refine Iron dann auch noch habe, dann kann ich mir endlich die ganzen Recycler machen das wird geil, oh ich verkabel, oh, jetzt mach ich mal hier das da oben hatte der auch gerne so einen kleinen Leck nö, alles ist ein Crash okay, wahrscheinlich weil YouTube gerade mal ein Video verarbeitet, aber egal, egal auch ich freue mich schon aufs ganze Render, ne? oh, wie ich mich darauf freue, ey, ich hab so richtig Bock na gut, ich kann es einfach auf K machen lassen boah, ich hab so einen Bock erstmal wieder acht Stunden hier zu renderern oh, ne, schwarz, das macht ist nicht mehr schön, ne gut, ähm hier unten das Kabel lea leck, le leck le leck, le leck du, Jonas, kannst du mir diese Reihe abbauen welche Reihe, du, Jonas? am besten zwei rein da die zwei rein, die da die? die da okay 50 äh, äh, noch vier, äh, noch vier zumilfeierne Iron ich glaube ich bring erstmal ein Project Table nach hier unten ich mach jetzt einen und bring den dann nach hier unten ich mach jetzt einen und bring den dann nach hier unten gut eins, zwei, drei ich gucke wo ich jetzt mal die Kabel hier durchziehe ja, man kann es brauche, deswegen eher die gleiche Obstabtafel eins, zwei, drei das ist ein Radarau hast du, hast du schon die Kabel gemacht? das ist hey, du, du du, du, du du, du du, du 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 im game-mode kein Schatten neun hier ist nicht zufrieden, hier ist nicht genug Eisend ok, es ist genug Eisend drin dann haben wir hier gleich einen Stack an Refine Iron, nämlich ich bin dumm dumm wie Scheiße quasi sehe ich warte die ganze Zeit auf Refine Iron, aber höre ich schon längst genug du Jonas was, kann ich da eine ganze Kohle nutzen und die einfach in den Messerator kacken was, so, 3, 4, 5, 6, 7 dann hast du aber keine Kohle mehr ja, wofür brauche ich Kohle? aber ich brauche eh noch mal so ein Refine Iron, das ist schön wir haben jetzt hier eine unglaubliche, eine Kiste Thomas boom baby das wird nicht eine unglaubliche Kiste und wir sind Dreck und was kannst du denn deinen Scheiß so aufbauen ich klammle mal von euch, sieben Gloucester, ne? NEIN doch das hat jetzt Thomas entschieden oder, hab ich jetzt kein Gloucester, NEIN nicht dann hier oder hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch, ne, sieht nicht so aus du bist für diese echte Dämonie du bist für mich alles sehr leise ja, Thomas, du bist wirklich, dann bist leise ja ach, dann sieht mal einer, guck, ich hab noch Gloucester gefunden also nein dann machen wir ihn einfach kurz und T3 lauter das geht ja mit ihm in Handicre, weil, verstecken mach mal ruf sag mal was TeamSpeak ohaha noch mal was ohahaha ja, fällstisch ähm, jo, sogar so, das muss jetzt reichen ähm zack 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 Thomas wird so noch Diamanten zahlreiche oder Kompressoren ich hab' gesagt ich könnte machen ein Teil der Mati machen 5,6,7 ja, ja, 3,4,5,7 bis sein den 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 der Goldkabel. Ja, hast du noch Goldkabel? Für Strom. Pipes. Das ist Gold. Nein, jetzt muss ich den Kabel rausgehen. Intergrid Kisten. Leute, ganz kurz für meine Zuschauer. Du hast keine Zuschauer. Oh doch. Du hast keine Zuschauer. Nicht in diesen nehmen. Ähm. Jetzt habe ich 18 Refined Iron. Moment. Ich brauche Podings hier. Wir haben nichts mehr Redstone. 35 Circles. Ey, aber Alex hat wirklich Redstone. Ey, du, Alex. Aber ganz kurz. 35 Redstone, was? Äh, 35. Was zur Verarsche? Ich brauche einfach... You are cheating. You are cheating. Das war noch mehr. Jetzt... Ich hab' gerade... Hey, wir haben gar kein Eisen in der Alter. Ich hab' gerade... 1, 2, 3, 4, 5... Ne, ich bin Rekordhalter. Das Gold 5 Solar Pendels. Boom. Das gerade 5 Solar Pendels gemacht. Ich hab' schon verwegt. Und hast du hast... Glasfaserkabel für mich? Ne. Ist ne Goldkiste größer? Ja. Als was? Äh, ne Eisenkiste. Na klar. Ich mach' jetzt aus... aus Gold, ähm, die aus. Okay. Aber wir haben nicht mehr... Ah, ne, wir haben keinen... Ne, ne, warte! Doch, obwohl... Ja, mach' mal... mach' mal 8... Acht Diamanten. Erstmal, ja, wir... Da brauch' ich ans Deck. Da brauch' ich ans Deck. Da brauch' ich ans Deck. Für auch jemanden. Ich mach' mir mal kurz. Na, wir haben kannst Deck mehr. Scheiße. Ähm. Ah, fuck. Ach, fuck. So, so, warte, wenn ich... Ah, doch. Das sind 70. Das sind 70. Ich hab' nur für uns morgen einen Krieg. Oh, nein. Ich hab' aber auch was weiß. Ich hab' meinen ganzen Copper-Cable so gut wie. Hallo? Ja, nein. Hast du... Hast du... Hast du... Hast du noch die Glasfaser-Cable? Na, hab' nur nicht gemacht, die Mochte. Okay, dann... Oh, dafür brauchen wir erstmal Diamanten. Ey, wir müssen jetzt erstmal die Diamanten... Ja, Diamanten macht's grad. Gut, dann geht mit mir mal wieder. Ja, mein Spiel hängt grad' grad' bis. Irgendwo hat ich noch ganz viel Cable. Ich suchte nach jetzt einfach mal. Okay, bitte. Okay, bitte. Bäh. Bäh. Nein. Irgendwer rauscht. Ich bin's nicht. Ähm, nein. Doch, du warst grad zwei, ja? Okay, ich hab' zwei. Jetzt ist er weg, das ist halt das Team-Speak-Rauschen. Okay, ähm... Du kannst nix über die Kisten machen, dann geht's. Ich weiß. Bin ich dumm. Ich glaub der das Ding, du kannst. Oh, 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 oh. Ich hab' nichts drin. So, hier muss ich gar... Verarschen, wir... Hier ziehst du bitte die Kabel. Hier ziehst du bitte die Kabel lang, ja? Ganz ehrlich. Wir brauchen aber auch Bildkraftstrom. Es geht mit deinem Strom vom Reaktor nicht. Warum nicht? Weil das andere Strom ist. Wie das andere Strom? Was wollt ihr machen? Denkens. Um, Query. Geht das mit einer Electric Engine? Eine Query brauchst du einen anderen Strom, ja. Du kannst aber zum Beispiel eine Electric-Car-Engine machen. Ah, fuck. Welche Energie kann ich in der Fräule benutzen? Nein. Ich mach' jetzt keine Electric-Car-Engine. Ah, fuck. Das war immer mega viel Kohle, ne? Nein, okay. Ich muss jetzt mal schon so La-Penel. Le-Click-Car-Engine dran und dann läuft das. Okay, dann lass... Dann Tomas 5 La-Penel schließ mal die Query an, ja? Warte mal. Okay, dann muss ich mal gucken, wie viel es ist. Die machen kann locker nicht vom Reaktor nicht. Hey. Tomas? Wir brauchen Redstone mehr. Oh nein. Es mangelt uns an Redstone. Wir hol' ich mal ein bisschen Redstone ab von Alex, ne? Ja. Wie sag' wir? Ich... You've failed. You've failed. Boah, ich brauch' noch mal... Warte mal, ich habe jetzt 18 Circuits, das heißt, ich brauche noch mal... Moment. Ich habe... Ey, wie viel Copper du einfach nur hast. Und warum... Ich brauch' noch mal 17 Circuits, ey. Was zur Hölle. Hä, warum hast du so viel... Wo hast du das ganze Zeug hier? Tomcroft. Achso, äh, Steinschwerte brauchen wir für Tomcroft, aber... Das Zeug von der Prairie. Oha, so viel macht die... Wo es wird jetzt holen. Genau, ich will es uns die Koppel und es will aber holen. Bauer mehr, aber ich will es nicht, wenn wir uns haben, wenn wir mit Lava anpumpen. Ich hab' noch gesagt, ich brauch' ne... E-Elektik-Engine dafür. Weil das auch ne'n andere Energie für das... Ne... Energieform kann man... Hey, ich hab' ganz einfach zu machen, die Elektrik-Things. Ja, ich hab' den Rätseln und sind für... Ja, okay, tun... Wie viel brauchst du denn? Ich hab' den Rätseln, ich hab' den Rätseln, ich hab' den Rätseln. Also, ich hab' den Rätseln, ich hab' den Rätseln. Ich hab' auch kaum Wissen, aber ich kann welches machen. Dafür bin ich aber Roper. Ja, ja, kann ich abholen. Wenn ich Roper wüsste? Oh, weil mein Internet ist gerade halbarm abkacken, weil YouTube gerade nur am Verarbeiten ist. Ups, warte, ganz kurz, ich habe gerade gefällt. Oh, ich habe momentan keine Musik hinterlegt, sorry Leute, dafür. Nur, das ist ein anderes Mal, ich komme momentan einfach nicht zu. Ähm, wie viel... Ihr braucht einen Stake Redstone, ne? Ja, Stake Grabber. Weil ich das aus meinem Wert von New York Meta erstelle. Boah, was ist das denn da hier? Es ringt. Hier liegt ein Stake Redstone drin in dem Table, den, dafür kriegt zwei Stakes Robber. Zwei Stakes. Er holst dir einfach ab, ne? Du weißt ja, wo es ist. Ja, mal, ich bring's. Ne, ich bin schon unterwegs, ich bin schon da. Come to me, Beach. Okay, Thomas, hier ist dein Redstone. So, und da ist... Warte mal. Liegt bei uns an Eggern, das ist Robber. So, warte, das ist ein Stack, und das war der zweite Stack, und jetzt kannst du einfach so machen. Jo. Du Hurenso. Ich bin kein Hurenso, Mann. Ich habe gerade richtig von Spongebossen im Ohr. Locker, das reicht immer noch nicht. Boah, wie das Sauber bei mir gerne mal abschleißen ist, ne? Wegen im Internet. Aber ich kann es auch nicht abbrechen, weil der ist schon bei der Verarbeitung und dann schon bei, äh, 28%. Wir haben nur sechs Glasfaserkabel, das reicht ja nie. Ah nee, das brauchen wir ihn. Ach ja, stimmt, wir sollten... Ahhh. Dann machen wir, warte mal, wie machen wir das jetzt? Ja, Gott, ey. Ich freue mich eh so viel, naja. und geht um was er macht am besten was er hier kaputtgeschlagen der macht macht man etwa so abhänden oder wort hinsicht und erreichbar ist du bist kacke oder wohl wollen die ersten das ist wohl ein fändiger unserer energie und überhaupt strom die quasi abzappten den Kostmann bei ihm vorliegen an Am, 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 am. Mal angenommen, jeden Fall braucht die 28. Na, wie viel krieg ich denn hier jetzt noch? Wird ich bei 28? Nein, so nicht eigentlich. Also in Cabern reicht das. Das ist schon mal schön. Okay, das reicht. Dann brauch ich jetzt noch ganze Tin von oben, genau. Jetzt kommt das ganze Tim zu... Tim. Jetzt kommt das ganze Tim. Hallo, Tim, hast du mal Tin? Hö, 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 flach geht's. Das ist Fargo Finitor. M6-Bit. Oh, fuck, 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 creeper, weg. Das ist auf jeden Fall genug Tim, was ich habe. Jetzt hoffe ich nur, dass die Copper Cabin reichen. Wenn ich hol mich mit, dann müssen Copper... äh, müssen die Rapper von euch. Nee, Rapper habe ich, glaube ich, noch. Ja, Rapper habe ich noch müssen. Das ist nicht das Ding, aber... Ja, ein bisschen, was an Copper Cabin fehlt. Äh, äh, nein, na, scheiße. Ich brauche... Ich brauche... Oh, nein, ne. Doch. 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 Jetzt. Atomkraft, ja. Atomkraft, ja. Nein, danke. Ich habe gerade ein Endermann, der richtig am Operation war. Das Problem ist, äh, ich muss jetzt mal ganz schnell mit zwei, einmal hohen, weil ich wollte eigentlich direkt weitermachen. Hm. Wie weit... Was ist das eigentlich für ein leeres Schild? Egal. Äh, wie weit bist du jetzt so... Das ist mal voll im Weg, starten, so wie auch tritt ist. Äh, mein Präsentale ist... Ich brauche... Nein, nein, ich habe keinen Tag, das nicht, ich habe doch was ausgelegt. Egal. Thomas, du wirst wissen, was hat tot. Äh, nein, 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 nein. Ne, du wirst nichts, sprachakugierend. Ihr krankst, das war, bam. BAM! Ön, 6. Das haut- wie so geil aus, wie sich alles passt, wie ihr sagen, sieht wirklich aus, gefällt mir. Und so. Das Problem, war, ich wollte ich gerade eigentlich weitermachen normal. Was ist das Problem? genau ich habe nur tin und keine warte mich brauche 35 95 95 das heißt fast das sind jetzt ich will es mal vierzig sind hunders und zwölf ist ja doch etwas besser macht häufiger mit und dann müssen wir bald mit dem video mit anfangen da muss ich mir auf jeden fall kommt nützlicher von neun jetzt habe ich das nee nee lass erst mal hier die query machen das ist erst mal das haupte die meta ist noch mal so ein großes kapitel das so groß ist es gar nicht naja was das muss noch mal so tschützützützütziert das muss noch mal ganz ehrlich gar nicht haben wir posten anbauten nach ich mache jetzt einfach mal hier ein großes feld aus wasser weil wenn ich dann mit dem oder jonas doch portfelkampo nicht habe keine portfelkampen die hat auch ich bin ich weiß was war das ist das punkt war nur so einlosen ist jetzt nur krank klar und wenn gewünscht Leberlehrer das war der Ausdruck das Problem war er war Prozent wenn ich mit der Selle was daraus genommen habe dann ist das einfach Prozent der Sessenz ist die Quelle kaputt gegangen und wenn man die Quelle mehr einstellt sie haben einen großen Größer gemacht und vertreten hier ist nicht wo ist dann meine elektrische dann hier um um hier mit den Zollerx hier mal schnell mit der Erdnstung macht er der Porto kam um aus Prozent er habe ich wieder sagen so langsam reicht es auch bis so lange geht in die Folge schon Prozent auch so die Euro muss auch bald weg Jo Ich will aber jetzt noch nicht aufhören. Nein! Noch nicht direkt aufhören, weil ich gerade auch noch was am machen bin. Aber gleich geht's dann. Soll ich mal ein Stack davon? Boom. Das ist so ein Stumpel. Okay, Jonas, die nehme ich so. Hinter dir ist ein Viech, hinter dir ist ein Spinne. Ich tue unter sie. Ua, A416-Dinoskop. Oh, fuck. Jetzt ist der Scheiß hier. Gerade. Da ist die Kacke am Dampfen quasi. Das Problem ist, ich baue diese 10K Coolance Cells und die kann man nicht stacken. Ja, das ist beschissen. Also nicht solche bösen Wörter hier, meine Herren. Es ist bekackt. Besser? Eigentlich genauso. Drei habe ich, yay, drei Overglocker. Ich brauche einen zweiten Table, wenn es ein normaler ist. Ich habe ein Auto-Casting gemacht, das quasi ist perfekt. Ähm, Moment, wie mache ich das jetzt? Water Cells? Tin? So, nein. Fuck. Jonas? Ja? Also, erstens, dort drüben ist ein Creeper. Seitens kannst du schon mal herkommen und mir die Goldpap da aussuchen. Easy. Ja, klar. Nummer 4. Oh, das Leute, das ist jetzt mal richtig kacke. Boah, nervig. Du gehst verfolgt. Die Volumen. Ich bin großvollig, sprung. Und vor allem, ich ist mein Skelett im Sprung ab. Oh, ne Miniumscher. Mal wiederbekommen, ey. So, unten in das Loch, bitte. Kommst du mal langsam reinspringen? So, so, ich bin jetzt immer reingepackt, ich bin jetzt immer reingepackt, ich mach das jetzt automatisch, aber nee. Ja, klar. Klagen wir dir da. Ey, wir haben einfach mal 10 Miniumscherben. So, was ist denn das für ein schönes Kabel? Geil, ich hab schon ganze 8 Overclocker. Ey, komm, piss dich mal. Und jetzt sitzt du da inni. Unter die ist ja auch inni, Alter. Ich geb's dir. Ich bin schon 10. Das reicht jetzt für 12. Ist gerade sehr langweilig bei mir, weil ich mache gerade nur diese 10k coolen Sets, die man dummerweise instacken kann. Ja, das ist ziemlich fahrt. Und ja. Eins, zwei, zwei, drei. Eine geht noch. Ah, ich kann hier noch. Dann passt das sogar genau wie ich es haben wollte. Nee, passt nicht. Ich hab zu wenig den, und bei irgendeinem Rausch das gerade extrem. Äh, ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das bin. Ich glaub, das war gerade bei mir. Nee, ich glaub, ich glaub, ich kriege Jonas. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute so ein bisschen krank. Alle. Ah, wo ist denn, wie ich den Kogum mir schnee? Äh, ich ein bisschen 10 habe ich noch, aber das ist auch nicht mehr die Welt. Jonas? Ja? Hast du ne Ranch? Äh, ne Ranch. Wie heißt die auf Deutsch? Was ist das für ein Teil? Schraum dem Arm jetzt. Raubentschlüssel ist das? Glaube ich. Oh, mit schließlich. Okay, jetzt hab ich auf jeden Fall genug Tinnen dafür. Jetzt muss ich nur noch alles rüberbringen, und dann bin ich ja auch durch. Yay. Ey. Jetzt hab ich aber gleich nicht genug Cable. Oh, fuck is da, ey. Das ist nicht mehr schön. Oh, ich mach die ganze Zeit für lang und für langsam, damit geht das viel schneller. Ich kümmere mich darum. Ich mach dir kurz ne Ranch. Hoffentlich hast du viel gemacht. Gut. Bin schneller als du, mohoho. Kämpfer das ja nicht mehrουμεutig. Den ist das und jetzt ist nicht mehrverletzt wie es kostenlosos sigue. Was ist denn, dass ich bin der Mensch das komplett NESala dient? Kröck die Brotовой bekommen? Geh weg. Ja, ich bin weg. Und was passiert hier jetzt? Ah, oh, fuck. Nein, das habe ich noch 2諺 Sets gemacht. Schittlingsten Na Was ist das für ein Weißer Electric Ranch? Das hat dich Nein, dein Skelett, ich töte dich Du hast doch mal Was ist das? Schass Hast du ne Electric Ranch? Electric Ranch? Warum das? Weil ich spreisch Nein, hab ich nicht Du hast das eigentlich in deinem Anvideo gemacht, damit es doch nicht Dunkel ist zum Suchen Morgenskrieg Wo dunkel Das ist in der Tat dunkel ist Ach so, du musst es Du gibst und ein Geister mit Doppelkrieg auf die Suchleiste So, dann zu treiben Aber Leute, wie ich mal sage, dann bitte ich muss morgen auch mal aufnehmen Mit mir, damit war hier morgen Ich brauche noch einen kleinen Moment Ja, ich muss aber auch hier weg, das heißt, als kann ich nicht mehr machen Äh, einfach weil ich hier gerade mit dem Drain bin und dann wäre das viel geiler, wenn ich jetzt noch ein paar von den Viechern hinkriegen würde Aber ich schätze mal so ne Zeit von drei Minuten dürfte das noch dauern Und joa Joa ja ich habe aber ich habe aber ich musste nur ganz schnell dran wo ist mein Körper das ist Elektrom nein neuner ich konnte euch wo man sich selbst in der Mitte setzt die Solap er ist das die für die Krawi benutzt werden können auch mit so scheiß wie beeiligt ich jetzt was in der Besitzung wird nur es wieder wobei ich kann das nicht mehr nach unten nehmen ähm das reicht irgendwie schon so das wird durchgepulverized aber ja dann bin ich wirklich gleich durch voll Freude aber wir haben eine üble Menge geschafft muss ich sagen ähm ich vorne ähm ja ich habe 26 Euro klar weil die Königin nutzen nur 6 und so hat die Oberklopper klar gehen Schauaufnahme 8 Scheiße die Dorf Thomas ein hast du das jetzt hast du die Verlachen Pelle so gepläst das die für die Kräfte funktionieren A aber macht es A und im Preis so und so und so und so und so und so und so so könntest du das jetzt machen also klar auch so noch richtig zu machen egal das passt ja und was ist das die Kumpel komischen Kampus Kabel hier ist das das im Raum St der Weg Uriks was weiß ich ob mir ist mit der Antinie nur das ist nahe der Zwischen die Leute da machen wir das aber nächste Folge war da war ich jetzt echt kennen wir uns im 29 des ist geil und es ist richtig geil 29 Euro! Glocken die verteil ich immer ganz groß auf die Recycler. Nämlich mache ich vier Recycler rein. Du hast主 pickax't mit! Boah das Dingo! Was du jetzt einmal stehst? 1.4, 1.4, 1.2.3, 1.114, 1.123.4, 1.123.4. 1.123, 1.123, 1.123. Oh. Hab ich nicht mehr. Okay. Nimm ich jedes Teil vier Overclocker. Und dann brauch ich nächste Saison noch sechs davon. Und was mir gerade einfällt... Ich bin Dome. Yay. Ja. Nämlich. Ja. Ich hab keinen Pin ... Wofür hab ich Videomaterial? die 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 Lübe so die Hohen wir sollen sollte ich denke es ist immer freundlich die elektrik links zu entschuldigen also immer freundlich lockern jetzt doch recht schnell und hier haben wir schon wieder die sie mir mit der reine erstens geil wenn das dann läuft dann ist Bombe nicht sagt nicht er dann können wir auch immer klauen die bei ihm das merkt weil es halt so schnell geht Prozent und wird gut so als mich jetzt 20 Kinder ich habe ich mache genau 20 wie für bauwitz und sich da habe ich der Baba dafür darf ich immer schon mal ein Nuss brauchte doch mehr Schöpfen er war das geht so ab bei uns ich freu mich an, Robert braucht man irgendwie immer und Robert ist auch immer so eine Schwachstelle bei mir hast du zuverlässig, Robert zack, 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 das heißt ich bräuchte noch mal kurz ein Heepio in Meta dreimal ganz schnell, boah Leute ich kann glaube ich die Overclocker gerade noch durchhauen ach jetzt habe ich nur 10, 20, 30 ich bin nicht im Game Mode nein das ist der Bruder so Leute aber ich glaube den Rest ist nicht mehr viel, das sind nur ganz kurz noch diese Overclocker hier so ist halt das 10 zu den 10k zu den zu den Overclockern und mehr mache ich heute nicht mehr und ich würde sagen das geht auch offscreen oder das ist ja nicht die Welt gut dann würde ich sagen war es das an dieser Stelle, ne? ne noch nicht ähm hey, wir sehen etwas und was wie das jetzt hinfügt ne Konstruktion von dir ach so ach da schließlich die Teelertal die Teelertal warte mal, ich mach dann schön die Teelertal ist es bräuchte noch mal ganz schnell 3, die machte mal so ein schönes Handy also, egal, äh so, so das wurde ok, leider werden, wenn jetzt aber auch wirklich auch, was weit ich noch kurz Tim gemacht habe was die Query arbeitet so, so mit 9 Overclockern, ey, das geht so ab mit 8 noch mit 8 geht's noch besser ab hey, die Query arbeitet gar nicht siehst du denn, äh, schwarz-gelben Dankster-Kasten das bedeutet, die Query hat was getan 3, 4, 5, perfekt ich hab mich ein bisschen erschreckt ok, leider ich hab gerade übersehen, dass ich nur so viel Sex ich hab noch mal runter ne, noch 2 hab dir noch ganz schnell 2 Körper-Käbe mehr, brauche ich nicht da, 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 der Dings, da, Jonas, Mr. Gott, ne, 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 30 kam ne, ich hab nicht alle, ich hab das wieder eingeschmelt ok, dann hab sie der Karsten, den Kosten, den hat gerade die Query aufbaut, die ich brauche ich brauche noch ganz schnell 2 Körper-Käbe nicht mehr ah, ich hab, ich hab, ich kann mich ganz schnell machen, ich hab, ich hab ich hab ich hab hier auch drin ne, 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 ich hab keine Rubber, ich hab keine Rubber scheiße dann komm zu uns, da hol die einfach ab so ähm, so, komm Tue, ich komm nicht an die Tue dran zwei Rubber warte, ihr habt Kabel, ich hab sogar noch die fertigen Kabel ne, ich hab sogar noch, äh, die fertigen, rohen Kabel da da hat noch nichts gebranntes so, so, so jetzt hab ich nur noch 14 Jährige Meter statt 40, aber egal dafür hab ich alles, was ich wollte, Leute, das ist beste Folge, jetzt ehrlich es ist ein bisschen länger, als wenn ich machen würde, aber dafür hat es sich gelohnt, Leute das ist so, Eilu, ich verbinde jetzt noch schnell dieser Kasten, der bedeutet nicht, dass du die arbeitet die muss erst den Kasten leeren und dann kannst du arbeiten dann kannst du erst die Atems ja, das weiß ich, aber dieser Kasten, der baut sich gar nicht auf ich hoffe mal, dass es reicht ja, ich muss erst die, die ganzen fünf Schichten weg da dann, so, Leute, dann war's das jetzt, aber auch wirklich, ne würde ich sagen ach so, stimmt und, jo, ich hoffe, es hat euch gefallen falls nicht, lasst keine Bewertung also, ich hoffe, es hat euch gefallen falls nicht, lasst eine Bewertung wenn's euch gefallen hat, dann lassen wir die Bewertung der Besuchungsnachrichten so, wie man möchte halten ja, ja, ja aber dann will ich jetzt sagen, was das wir sind an der nächsten Folge und grüßt, dann Leute ciao schön, 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 schön und ja, dann will ich sagen, wir sind auch mal bei mir hier weg und äh, ja, dann bei, bei und, äh, kein Schülmittel, sondern ein Jo, ciao schön mit Ah Jo, dass irgendjemand rechner abgauen äh, naja, okay, tschö, 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 bye, bye Bye, bye